WhatService ist ein Anbieter für Newsletter oder Nachrichten für Unternehmen per WhatsApp. Das heißt, ich sende als Unternehmen zentral eine Nachricht raus und kann das an Tausende oder Hunderttausende Leute schicken. Der Riesenvorteil, ich brauche mich nicht um Anmeldung und Abmeldung kümmern, was das Hauptproblem eigentlich ist bei WhatsApp-Nachrichten überhaupt. Um die Struktur von Broadcast-Nachrichten, die ich versende und so weiter, das ist mir alles dann erspart. Und im Verhältnis zum Newsletter habe ich einen riesigen Vorteil. Ich habe einen Kanal, an dem ich raussende. Ich habe eine Öffnungsrate von gut 98 Prozent, alle meiner Nachrichten. Und ein riesen Vorteil davon 80 Prozent auch innerhalb von fünf bis zehn Minuten. Das heißt, die Reichweite erreiche ich innerhalb von kürzester Zeit prompt und als erster wahrscheinlich auch von allen anderen. Und dementsprechend ist dieser Kanal der nützlichste.